Und damit willkommen zurück hier zu Fallout 76 am Start am Lager der Aufseherin. Oh, da kommt mir gerade einer entgegen. Hey, Kamerad. Wie mache ich das denn nochmal? Ich voll schrotte mal kurz nochmal alles hier. Transfer. So. Ich gucke nochmal eben, wie waren wir hier ausgerüstet? Planke, Wurfmesser. Ach ja. Wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Habe ich jetzt dabei. Blanke ist ganz gut, falls... Ich tue das Wurfmesser mal rüber, ne? Äh, das nicht. So. Okay, was... Huch. Was müssen wir jetzt denn machen eigentlich? Wie sehe ich überhaupt aus? So weit, so gut. Ähm. Unsere Aufgabe war es, sammle die abgerufenen Vorräte. Ist doch nicht unsere Aufgabe. Ich möchte jetzt erstmal kurz hier rüber und mir... Was haben wir denn hier? Social. Achso, Freunde können ich hier einladen. Ich habe keine Freunde, die mit dir dieses Spiel spielen. Ähm. Zumindest. Und zwar... Und zwar. Wir gucken mal ganz kurz, was denn hier datentechnisch... Erster Kontakt. Rückeroberungstag. Den können wir anklicken. Hören wir das Kapitel Camp im Aufseher-Logbuch an. Was habe ich noch gemacht? Sammle die abgeworfenen Vorräte. Wir hören uns mal... Wo ist das denn? Aufseher-Logbuch-Camp. Aufseher-Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber... Mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang... Keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in... Wie ich es sehe... Feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortech vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation? Die Lagerkiste? Die Werkbänke? Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben. Das kennen wir doch alles schon. So dass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Habe ich schon gesagt, dass H-Klammern immer wieder gut sind? Zum Safe knacken? Auf jeden Fall. So. Hier war ich zwar schon mal... Was, was, was? Okay, die Achterkugel. Die Achterkugel, natürlich. Zum Billard zocken. Also, ich weiß nicht, ob die den Camp Radius mittlerweile erweitert haben. Ich glaube nicht, aber so große Sachen kann man da jetzt nicht bauen. Also, so ein fettes Haus. Ich dachte, ich mache mir da so ein fettes Haus und packe mir da wieder so eine Sammlung an Power Armors hin. Aber das schien nicht zu funktionieren. Die Power Armors verschwinden immer wieder in meinem Inventar, sobald ich die abstelle. Ich kann da nicht mehrere Power Armors abstellen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man die in so einen Power Armor, ähm, ähm, Rüstständer reinpackt. Ob die dann da stehen, oder ob die dann auch wieder in mein Inventar automatisch, äh, gepackt werden. Nach ein paar Sekunden. Das weiß ich noch nicht. So, wir hören uns das noch an. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötigen wir die Hilfe. What the fuck war das? Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich ihnen davon berichte. Flogt da gerade ein UFO? Hä? Was flogt da gerade? Cool. Wir haben uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia drei aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben... Gut, das kennen wir ja alle schon. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Uh! Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Da hat schon einer ein Kopfgeld, äh, irgendein Beppo. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anlassung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Gut, da sind wir gerade schon viel rum. Woher ich denn hier... Sobald ich mich orientiert habe, treffen Sie mich doch. Okay, da muss ich hin. Da muss ich hin. Alles klar, das weiß ich ja. Aber ich... Wir gehen jetzt als erstes da oben hin. Holen uns eine Powerarmor und dann gucken wir mal, ob wir den... What the heck? Ob wir den Godlike-Typen platt machen können. Oh, ich kriege da. Come on. Jetzt komme ich. Klatsch. Aber ich dachte, die wären platt. Die sind Level 5. Was, was, was? Sekunde mal, was habe ich da gefunden? Propaganda. Hä? Jetzt war ich aber zu schnell. Alter Fall, der Stahl-Throat. Mais. Mais für einen ordentlichen Mais-Schiss. Sehr geil. Spatel. Ein Spachtel? Keine Ahnung, ob es da stand. Wer hat denn hier Sachen vergessen? Aufbereitetes Wasser nehmen wir natürlich mit. Was zu futtern? Immer. Hackababox. Jippie, 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 Schweinebacke. So, dann gucken wir weiter. Da. Eichhörnchen, leckerbissen. Autopsie-Brettspiel. Guck mal hier. Die ist leer, aber eine war voll, ne? Die kleine Picknick-Ecke. Alles klar. Ich gucke mal, was ich jetzt hier habe. Was habe ich denn noch? Äh, das kann ich jetzt hier spielen? No, 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 no. Ja, 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 alles klar. Äh, habe ich nicht auf No geklickt? Achso, ich hätte auf Yes klicken sollen. Oh, Mann. So, wir trinken mal ein bisschen aufbereitetes Wasser. Wir futtern mal ein bisschen was lecker, lecker. Eichhörnchen hatten vielleicht noch. So, was kann man denn... Habe ich jetzt endlich mal eine Red Away? Nö, ne? Egal. Finden wir noch. Ich würde am liebsten speichern. Oh, das geht hier leider nicht. So, da oben ist mal hin. Ich hoffe, die Power-Armor ist da. Das wäre äußerst dämlich, wenn die jetzt nicht da wäre. Außerdem muss ich eine andere Waffe nehmen. Denn jetzt wird es gleich haarig. Oh, Blair fliegen. Kommt die zu mir? Die hat es zumindest versucht. Wer? Oh, hier ist ein Labor-Tisch. Hilfe! Wo? Hä? Ich finde das nicht so toll. Äh, gesammelten Schrott verwerten. So, das ist ja schon mal toll. Alter! Was kann ich denn hier herstellen? Ich muss mal eben... Ähm... So schnell kommt man hier rein. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee war. Hallo! Ah, kleinen Bug gefunden. Das wollte ich gar nicht. Oh! Äh, ich weiß nicht, ob ich hier sein soll. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ist ja cool. Also... Äh, ich hab mir die ganze Zeit... Ach, halt doch die Fresse, ey. Was willst du, ey? Kann klar sein. Ja, ich komme. Ich bin gleich da. Ist noch ein Labor-Tisch. Ich glaube, wo wir gefunden werden. Bitte. Nein, die steht nicht da. Hier war schon jemand drinnen. Leck mich doch. So ein Mist. Das ist natürlich äußerst beschissen. Gut, dann muss ich mal gucken. Holy moly. Ähm... Wo musste ich da runter? Was? Dammit der Scheiße. Ich sehe da doch noch was. Fusionskern. Genau den. Da ist ein Fusionskern, aber da gibt es noch einen Fusionskern. Und zwar... Da drinnen. Wie komme ich da hin? Warte mal, dann muss ich, glaube ich, hier rein. Ich sehe das, wenn ich mal schmatschen. Ähm... Ja, hier war das, ne? Nein, scheiße. Aua. Eieiei, caramba. Ich habe keinen... Ich habe keinen Medikit mehr. Das ist aber scheiße. Ich habe keinen... Den Pack. Sammelkammer. Sammelkammer. Ich habe Sammelkarte verstanden. Und gelesen. Mann, hier war überall schon jemand. So ein Kappes. Okay, ich gehe nochmal raus. Wir hoppen mal eben vom Server. Wir sind gleich wieder da. Sekunde. So, da bin ich wieder. Wieder hier vor der Tür. Diesmal an einer anderen Stelle. Keine Ahnung, wo ich jetzt aufgetaucht bin. Den schnappe ich hier kurz. Eventuell. Genau. Junge, Junge, Redaway. Ich habe Redaway bekommen. Das ist schon mal ganz nett. Was wollen wir nochmal schlagen? Das nicht. Halt. Ich muss mir das merken. Mann. Ich wusste es eigentlich schon mal. Habe es wieder vergessen. Komm, Schlag. Schlägt ja dann nicht. Er ist ja nicht zu fassen. Himmelarsch. Hier ist was los. Alter. Wo kommen die denn alle hergerannt? Ach, ich wollte... Safe-Steuerung. Ähm, unverschlossen. Okay. Was für ein Safe. Ach, der da. Gut. Karte. Ich bin momentan alleine hier. So, dann schaue ich mal. Schleiche ich mich mal hier ein bisschen durch die Gegend. Ähm, wo ging es denn hier hoch? Da geht es weiter hoch. Da geht es auch raus und hoch. Egal, wir gehen erst mal hier hoch. Meinen Sie gerade nicht, ob ich da lang muss. Ich weiß nur, dass ich hier gerade falsch bin. Ähm. Hier bin ich schon ganz so richtig. Hallo. Schauen wir mal. Das gibt's doch nicht. Hier war schon wieder jemand. Das ist doch scheiße. Jetzt ist mir jetzt sogar der Fusionskern weg. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Gut. Ich guck nochmal. Server Hopping. Sekunde. So. Neuer Versuch. Diesmal gehe ich direkt hier außen rein. Schau mich einmal um. Oh, hier ist jemand. So, ich gehe direkt als erstes da hin. Zu den dabei. Oh, was cool ist. Ich glaube, ich bin hier eins zu früh. Ich glaube, ich muss nur eins höher. Kann das sein? Und den hin? Ich habe doch gerade gar nicht gesehen. Hä, von wo kam ich jetzt? Wieso kann ich also Wetz nicht mehr benutzen? Ich werde langsam zu schwer. Ui, jawohl. Gib her, die Scheiße. Nein, ich will mich nicht setzen. Na toll. Hallo, wir setzen uns und wir stehen wieder auf. Dankeschön. Freunde. Wo kam ich gerade her? Hier. Da um die Ecke. Ich gehe noch eins höher. Dankeschön. Danke sehr. Scheiße, ich war doch hier. Ja, okay. Ähm. Nein. Da bin ich. Ja, Mann. Ja, sie ist da. Alter, du willst mich verarschen? Die ist vollständig? Alter, was habe ich denn für ein Schwein hier gerade mal? Schieß! Alter, das ist eine vollständige Powerarmung. Tor, so rechter Arm, linker Arm. Okay, die ist nicht vollständig. Sah so aus. Nein, die gehört schon jemanden. Oder die gehört mir, oder? Sie gehört mir, ich dachte schon. Okay, ich habe alles genommen. Wo ist der Fusionskern? Nein, da. Nein, da. Nein, da. Jetzt bin ich der Chef hier. Endlicher wäre hier. So, naja, wenn wir Glück haben, ich habe nur diesen einen Fusionskern. Oh, der war da ja nicht drin, ne? Okay. Ja gut. Wenn wir Glück haben, finden wir den anderen. Und der ist fast... Was? Halt's Maul. Der ist fast leer. Das heißt, ich gehe mal eben hier rum. Muss nicht rein. Hier war... Uh, fuck. Die nehmen wir natürlich mit. Das finde ich. Sekunde. Musste ich hier rein? Was bekomme ich da? Kann nicht aktiviert werden, was auch immer. Kann ich hier irgendwas sequenzieren? Aha. Also hier runter. Scheiße, hier war auch schon jemand. Hier war schon jemand, der hat den Power-Fusionskern rausgeholt, aber nicht... Zum Glück nicht die anderen Sachen. So, ich war schon wieder zu schwer. So ein Mist. Ist halt echt so. Junge, Junge, Junge. Aber vielleicht kann ich ja hier schon irgendwas modifizieren. Ich ziehe mal kurz aus. Ich checke mal eben, was ich jetzt so habe. Wir haben hier gerade einiges gefunden. Warte mal. Alter, könntest du vielleicht mal... ...den Scheiß da weg machen? Ich sehe gar nichts mehr. So jetzt. Oh mein Gott. 12, 12, 12. Das ist alles das Gleiche. Vier... Zick-Impro-Revolver. Was haben wir denn an Kleidung? So, die ist schlechter. Warum ist die schlechter? Weil wir den anderen schon... ...geupdated haben. Dann haben wir hier... Oh, oh, oh. Ab Stufe 5. Da müssen wir wohl noch so ein kleines bisschen... ...nach oben kommen. Na gut. Ich kann Gegenstände verwerten. Waffen. Ganz viele Impro-Pistolen. Was ist das für eine... ...komische Sache hier, dass die sich immer so komisch... ...verschieben? So, Machete. Oh, eine Machete. Okay, 18. Mehrzweck-Axt. Eine Planke. Eine Rohrzange. Kann ich aber aufregeln. Die Planke wiegt 3. Ja, was soll ich denn mit der Machete? So, Kleidung. Das ist eine... ...die kann weg. Schutzhelm. Brille mit schwarzem Gestell. Haben wir jetzt eine Sonnenbrille, Mann? Okay. Ich steig wieder in meine... Wo ist die denn? Vielleicht ist er nicht zu fassen. Power-Rüstung. Hilfsmittel. So, und dann könnte ich immer was trinken. Hä? Habe ich nicht gerade... ...red away von Dünd getrunken? So, Dankeschön. Stimpak super. Alles klar. Wir steigen wieder in unsere... ...Rüstung. Alter, voll aufs Maul hier. Voll aufs Maul. Ach, die ist kaputt. Und die konnte ich hier nicht reparieren. Das ist aber doof. Achso, hier war ich. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück. Denn ich muss eh in die Richtung. Oder? Ja, da unten ist einiges los. Da sind ein paar Leute. Aber was soll's. Das war's. ав